Servus, heute mal ein bisschen andere Perspektive. Ich sitze auf meinem Auto und zwar direkt am Ende des Presseparkplatzes, der eine riesengroße Wiese ist. Und ganz hinten am Ende des Presseparkplatzes, weiß nicht, ob man das im Bild gut sehen kann, ist das weiße Zelt. Das ist das Pressezentrum heute gewesen hier oben auf dem Plateau de Bay. Es hat unglaublich geregnet und auch gehagelt den ganzen Tag. Zwischendrin haben wir richtig gefroren. Deswegen ist die Wiese, der Presseparkplatz ist eigentlich jetzt nur noch ein riesiger Matschhaufen. Deswegen bin ich auch barfuß hier zum Auto zurückgelaufen, damit ich meine Schuhe in den nächsten Tagen noch tragen kann. Die Fahrer haben nicht so wahnsinnig gelitten. Es wird ein bisschen kühler im Anstieg nachher, aber beim Berg auffahren war das scheinbar nicht so schlimm. Zumindest haben sich die wenigsten beschwert über das Wetter. Zu uns Journalisten war es ein bisschen ekelhaft. Also wie gesagt, es stand die ganze Zeit im Wasser, wie man auch an den Bildern, die ich jetzt hier gerade einspiele, sehen kann. Es war neben dem Pressezentrum quasi ein kleiner Gebirgsbach den ganzen Nachmittag. Und es hat sogar durch den Hagel so quasi Schnee gelegen, also Eiskörner da rumgelegen. Es war kein angenehmer Tag hier oben. Trotzdem haben wir noch ein paar Stürmen bekommen. Ich habe meine Kamera allerdings wegen des Regens im Pressezentrum gelassen. Deswegen kann ich euch heute keine einspielen. Ja, und jetzt stehen wir hier im Stau und versuchen irgendwie vom Plateau de Bay runterzukommen. Eigentlich gibt es eine sogenannte Evakuation, wo die ganzen offiziellen Fahrzeuge von der Polizei runtergeleitet werden, an den Zuschauern vorbei. Aber auch die geht nicht so wahnsinnig schnell. Da steht man lange im Stau, so wie jetzt gerade heute. Und ja, so langsam bewegt es sich hier. Die Kollegen von Sky Sport News AD standen eben noch neben mir. Die sind jetzt gerade losgefahren. Und ich werde jetzt auch mal gleich ins Auto steigen, damit ich vom Berg runterkomme, noch was essen kann. Und dann heute Abend auch wieder ein paar Artikel für Radsport News.com schreiben kann. Bis morgen. Ciao. Bis dann. Bis dann.